Sofort bevor wir beginnen, ihr habt aber bestimmt bei dem letzten Video mitbekommen, dass das Video am wenigstens shaked. Da hat man probiert, eine KI-Funktion auszutesten, es hat aber nicht so ganz funktioniert. Also man sollte sich nicht ganz auf die Computer verlassen. So, hallo und herzlich willkommen hier auf dem Kanal Momo Team und herzlich willkommen hier bei Dream City, hier auf meinem Kanal in dem Video. Wie wir in der letzten Folge schon gesehen haben, hatten wir eine miserable Verkehrskontrolle. Und jetzt sind wir einfach gerade dabei, mal Richtung Medikdienst zu fahren, gegebenenfalls dort mal Dispatches anzufahren. Ich bin mal gespannt, wie weit das geht und co. Also ich überlege gerade bloß in welche Kleidung ich das mache. Ich werde eigentlich mal umziehen gehen. Ich möchte leider würde ich das hier drin machen. Okay, das gab kein... Ah, jetzt sag ich mal sagen. Äh, gespeicherte Outfits. Ach, scheiße. Wir müssen uns nochmal ein Medizin-Outfit machen. Da fahren wir nochmal kurz zum MD. Also ein MD-Outfit klingt irgendwie komisch, aber ihr wisst eigentlich, was ich meine. Ich habe eigentlich ein altes MD-Outfit, was gespeichert sein müsste. Das Problem mit dem Boss ist, dass es nicht klar ist. Achso, ob wir... Ich war ja noch keine Dispatches an. Ich bin ja noch nicht direkt im Dienst. Also ich bin auch... Äh, bereite auf Mensch. Ähm. Junge, sonst ist die nicht... So... Ich werde mal wieder abspeichern. Ich hoffe, es wird jetzt absichert hier los, dass mich D gleich jeder x-beliebige anquatscht. Ähm... MD... 1... So... So... ... Diesmal schnell zum Kleidungsladen und da uns ein bisschen schmackhafter umzusetzen und dann schnappen wir uns mal ein NEF und kein Perso-Auto, meine Schuhe hatte ich ja damals schon, 8-15 Minuten ja gut das geht ja klar, hier die Hose haben wir schon, das ist jetzt Oberteiler, ne, das ist auch gut zu wissen, gibt es hier irgendwo meine Stethoscope, da wieder geil gemacht, man sieht rein gar nichts wieder, das ist, dieses System müsste einfach mal rechts oder links irgendwo in der Ecke stehen, ich sehe nicht, ob das so viel verlangt ist soo Arme soo waren die Schuhe, ne das war nicht, ich hab ja richtig schick, ich hab ne Schuhe gefunden, die so schön leuchten, hier genau gibt es noch irgendwas was wir uns noch ansehen könnten wir uns noch ansehen Oh, das hätte ich mal bei meinen Kollegen aufgucken, weil er hat irgendwann, ich glaube Baumann hat er einen, was gar nicht gut ist, aber egal. So, geht das, warte mal, jetzt auf Neugier. Gibt es denn hier auch minus eins irgendwie, war da nicht irgendwas, ne, gibt es nicht, gab es beim Eindeldungsladen, irgendwas, was hier nicht gleich durchpackt. So, geht das. 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 So, ich verabschiede dich, ich gehe in Pass, bis morgen. So, wir fahren jetzt schnell mal Dispizza. So, ich verabschiede dich. So, ich verabschiede dich. So, ich verabschiede dich. Warte mal, du Scheißer. Hört jemand die Dispatch an? Ich geh zu Dispatch 1. So, wir fangen uns an der Wegewächte, ich fahre Thrower-Royal an. Ja, man muss ja auch sinnlos in den NEF reinfahren, wie behindert alle da. Ach, das ist doch doch gut, der Herr der Feinde auf mich zugekommen ist. So. Danke, mein Lieber. Warum habt ihr eigentlich LfB Kleidung an? Warum habt ihr eigentlich LfB Kleidung an? Da liegt noch einer da oben, da oben liegt noch einer. Was macht ihr da oben? Oh, da ist er. Komm mit, Kollegen, wir fahren. Warte. Ja, ich hab auch noch eine Karte. Ach so, der hat auch keiner stehen, ich hab auch vergessen. Wir sind nicht 3er, man. Das ist ja, 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 ja. Wir sind Gang Gang. Gang Gang. Okay. Sehr schön. Sehr schön. Ich bin für 10 Minuten beschäftigt. Wer hat 10 Minuten das Reestart? Ich hab Rich Melan. Ich hab Rich Melan. Ja, wegen dieser Sonnenwendung. Ich hab den 4-Termalans. Ich hab den 4-Termalans. Ich hab dieohne. Sie wurde mein Güter раньше aus. Hier irgendwie... Wir müssen mal kurz hier warten, oder eigentlich gerade wegzufahren. Was ist mit dem denn los? Der Kopfschuss. Der ist vom Motorrad. Ja, nun, zeig einfach die Wahl, das war ein Kopfschuss. Mal gucken, ob wir den wieder hin können. Boah. Erkleid du ihn wenigstens ein, bro. Sorry. Hey, Meli, könntest du mir auch ein Pflaster geben. Bruder, schütze! Da haben wir schon Probleme. Können Sie mir irgendwie Joints verschreiben oder so? Nee, komm. Wissen Sie bitte ein Krankenhaus machen, bei den Ärzten. Ich fahr einfach selber. Okay. Bitteschön. Bist du im D-Punkt? Nee, Luke, mach ihn mal rein. Dankeschön. Bleib mal in Punkte-Shed. Ja das wird jetzt ganz knapp, also fahren jeden Einsatz dann auch, auch die die davor sind. Mal gucken, ob wir den jetzt noch bekommen. Das war's für heute. Hallöchen, Verwaltungsdienst hier, ich werde sie jetzt einmal behandeln, bitte nicht mehr U drücken, wenn es geht. Verwaltungsdienst Verwaltungsdienst